Willkommen zum Video über die besten ergonomischen Bürostühle. In dieser Video werden wir uns die Top-Modelle genauer ansehen, die dir helfen können, deine Arbeitseffizienz zu steigern und Rückenschmerzen zu vermeiden. Wir werden ihre einzigartigen Funktionen und Vorteile erkunden, damit du die richtige Wahl treffen kannst, um deinen Arbeitsplatz zu optimieren. Bleib dran, um herauszufinden, welcher Stuhl am besten zu deinen Bedürfnissen passt und wie er dir helfen kann, gesund und produktiv zu bleiben. Lass uns loslegen! Auf Platz 5 geht es aufwärts für die Melokea Ergonomischen Bürostühle. Der Melokea Bürostuhl Ergonomisch präsentiert sich als eine durchdachte Lösung für komfortables und gesundes Sitzen im Büro oder Homeoffice. Das Herzstück dieses Stuhls ist die ergonomische Gestaltung mit einer S-förmigen Lendenwirbelstütze, die sich optimal der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule anpasst. Ergänzt wird dies durch ein um 6 cm verstellbares Nackenkissen, das eine individuelle Anpassung ermöglicht. Besonders beeindruckend ist das atmungsaktive Design. Die Rückenlehne aus zugfestem Mesh-Material sorgt für eine optimale Luftzirkulation. Das 10 cm dicke Sitzkissen aus verbessertem Schaumstoff passt sich der Körperform an und verteilt den Druck gleichmäßig, was den Sitzkomfort erheblich steigert. Die Vielseitigkeit des Stuhls zeigt sich in den zahlreichen Einstellmöglichkeiten. Die Sitzhöhe lässt sich von 40,5 bis 47,5 Zentimeter verstellen. Die Armlehnen sind hochklappbar und in verschiedenen Winkeln und Höhen anpassbar. Zudem bietet der Stuhl zwei Modi, Neigen oder Sperren, was eine flexible Nutzung ermöglicht. Mit einer Sitzfläche von 50 von 49 von 10 Zentimeter und einer Tragfähigkeit von bis zu 150 kg eignet sich der Stuhl für verschiedene Körpertypen. Die robuste Metallbasis und die fünf Rollen sorgen für Stabilität und ein reibungsloses, leises Fahrerlebnis. Melokea unterstreicht die Qualität des Produkts mit einer fünfjährigen Garantie und einem professionellen Kundenservice. Die Verwendung hochwertiger Materialien und der Verzicht auf recycelte Komponenten zeugen von dem Qualitätsanspruch des Herstellers. Auf Platz 4 geht es aufwärts für die Flexispot C7BR Ergonomischer Bürostuhl. Der Flexispot C7BR Bürostuhl präsentiert sich als hochmoderner ergonomischer Arbeitsplatzbegleiter. Das Herzstück bildet das innovative T-Link-Stützsystem, das eine gesunde Sitzhaltung fördert und langfristigen Komfort verspricht. Besonders beeindruckend ist die adaptive Lendenwirbelstütze, die sich automatisch an die Bewegungen des Nutzers anpasst. Sie kombiniert horizontale, vertikale und longitudinale Unterstützung und lindert effektiv Rückenschmerzen. Ergänzt wird dies durch eine 2D-verstellbare Kopfstütze und 4D-Armlehnen, die eine individuelle Anpassung ermöglichen. Das atmungsaktive Mesh-Material der Rückenlehne, Made in Germany, sorgt für ein angenehmes Sitzklima und verhindert Verformungen. Die Sitzfläche lässt sich in der Höhe um 9 cm und in der Tiefe um 6 cm verstellen, was den Stuhl für verschiedene Körpergrößen geeignet macht. Ein weiteres Highlight ist das intelligente Gewichtserkennungssystem, das im Ruhemodus ein Gewicht von bis zu 130 kg sicher unterstützt. Die geräuscharmen, langlebigen Rollen ermöglichen zudem eine reibungslose Bewegungsfreiheit. Auf Platz 3 geht es aufwärts für die Songmix ergonomischer Schreibtischstuhl. Der Songmix Bürostuhl präsentiert sich als vielseitiger und ergonomischer Begleiter für den Arbeitsalltag. Mit seiner beeindruckenden Belastbarkeit von bis zu 150 kg eignet er sich für ein breites Spektrum an Nutzern. Ein Highlight dieses Stuhls ist die flexible Rückenlehnenneigung. Mit Einstellmöglichkeiten von 95 Grad, 115 Grad und 130 Grad passt sich der Stuhl verschiedenen Arbeitssituationen an, vom konzentrierten Arbeiten bis zum kurzen Nickerchen. Die atmungsaktive Netzruckenlehne sorgt dabei für ein angenehmes Sitzklima. Besonders bemerkenswert ist die integrierte Lendenwirbelstütze. Sie lässt sich nicht nur um 6 cm in der Höhe, sondern auch um 2 cm in der Tiefe verstellen. Dies ermöglicht eine präzise Anpassung an die individuelle Rückenform und entlastet die Wirbelsäule effektiv. Der Sitzkomfort wird durch ein hochlastisches U-förmiges Kissen erhöht, das Oberschenkel und Hüfte optimal unterstützt. Zusammen mit der verstellbaren Kopfstütze und den höhenverstellbaren Armlehnen bietet der Stuhl eine umfassende ergonomische Unterstützung. Die Vielseitigkeit des Stuhls zeigt sich in den zahlreichen Einstellmöglichkeiten. Neben der bereits erwähnten Lendenstütze und Rückenlehnenneigung lassen sich auch Sitzhöhe, Armlehnen und der Winkel der breiten Kopfstütze individuell anpassen. Songmix legt Wert auf Benutzerfreundlichkeit, was sich in der klaren Montageanleitung und den mitgelieferten Werkzeugen widerspiegelt. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Auf Platz 2 geht es aufwärts für die Dacormax Schreibtischstuhl mit verstellbarer Kopfstütze. Der Dacormax Bürostuhl präsentiert sich als durchdachte ergonomische Lösung für den modernen Arbeitsplatz. Das Herzstück bildet die S-förmige Rückenlehne, die sich optimal an die natürliche Wirbelsäulen-Krummung anpasst und effektiv Rückenschmerzen vorbeugt. Ergänzt wird dies durch eine um 11 cm verstellbare und um 120 Grad drehbare Kopfstütze, die eine individuelle Anpassung ermöglicht. Besonders beeindruckend ist die Vielfalt der Einstellmöglichkeiten. Die Lendenwirbelstütze lässt sich um 6 cm verstellen, die Armlehnen um 10 cm in der Höhe anpassen und die Sitzhöhe um 10 cm regulieren. Die integrierte WIP-Funktion ermöglicht kurze Entspannungsphasen zwischen den Arbeitsphasen. Das Sitzkissen besteht aus hochwertigem Schwamm, der eine ausgewogene Balance zwischen Weichheit und Festigkeit bietet. Die Rückenlehne aus hochlastischem Nylonnetz sorgt für optimale Atmungsaktivität und Langlebigkeit. Die leisen, bodenschonenden Rollen ermöglichen eine reibungslose Bewegungsfreiheit. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 150 kg und einer BIFMA- und SGS-zertifizierten Gasdruckfeder, die einen statischen Drucktest von 1136 kg bestanden hat, bietet der Stuhl ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität. Die einfache Montage mit beigefügter Anleitung und Werkzeug sowie die zweijährige Produktgarantie unterstreichen den kundenorientierten Ansatz von Dacormax. Auf Platz 1 geht es aufwärts für die Songmix Ergonomischer Bürostuhl. Der Songmix Ergonomischer Bürostuhl OBG21B präsentiert sich als robuste und langlebige Lösung für den Arbeitsplatz. Mit seiner beeindruckenden Belastbarkeit von bis zu 150 kg und BIFMA-zertifizierten Komponenten bietet er ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit. Das großzügige Design mit einer Sitzfläche von 55 von 51,5 cm und einer Rückenlehnenhöhe von 67 cm verspricht ausreichend Platz und Komfort. Die stufenlose Höhenverstellung von 47 bis 56,5 cm ermöglicht eine individuelle Anpassung an verschiedene Körpergrößen und Schreibtische. Besonders hervorzuheben ist die Qualität der verwendeten Materialien. Die PU-Kunstlederoberfläche ist nicht nur angenehm zu berühren, sondern auch pflegeleicht. Die extra dicke Polsterung sorgt für optimalen Sitzkomfort und verspricht gute Elastizität ohne schnelle Verformung. Die fünf Sicherheitsrollen mit PU-Mantelung gewährleisten eine hohe Abriebfestigkeit und schonen gleichzeitig den Boden. Das stabile Fußkreis mit einem Durchmesser von 70 cm trägt zusätzlich zur ausgezeichneten Stabilität bei. Ein kleiner Wermutstropfen ist die fehlende Verstellbarkeit der Armlehnen. Dies könnte für einige Nutzer ein Nachteil sein, der jedoch durch den allgemeinen Komfort und die Qualität des Stuhls aufgewogen wird. Die einfache Montage dank durchdachter Anleitung und mitgeliefertem Werkzeug sowie die Bereitstellung von Ersatzteilen unterstreichen den kundenorientierten Ansatz von Songmix.